Ach, nimmst du schon auf? Hi, ich bin Kira, ich bin 29 Jahre alt, lebe in Köln und arbeite hauptberuflich als Bloggerin. Ich blogge seit drei Jahren auf callmeshopaholic.de über Mode, Beauty und Lifestyle-Themen, auch gerne Reisethemen. Und habe an der FAM im Bachelor Medienkommunikation und Journalismus studiert und dann im Master Cross-Media und Communication Management. Ich bin kommunikativ, immer offen für Neues und ich glaube auch ganz witzig. Ihr fragt mich immer nach jeglichen Jeans, die ich trage. Würde ich jetzt zum Beispiel die orangefarbenen Schläppchen kombinieren. Nochmal ohne Filter den Gürtel und das finde ich mit Boots mega lässig, das sieht aber auch mit Sneaker richtig gut aus. Mode ist meine Leidenschaft und ich konnte mein Hobby zum Beruf machen. Modeaffin war ich eigentlich schon seit dem Kindergarten. Ich habe damals schon darauf bestanden, mich selber anzuziehen. Und nicht nur mich, sondern auch meine kleine Schwester. Das hat mir schon immer super viel Spaß gemacht, vor der Kamera zu stehen. Und wir hatten in der Uni auch öfter Moderationsseminare, aber erste Erfahrungen im Fernsehen durfte ich dann als Werkstudentin bei RTL sammeln. Und dann wollte ich noch kurz Bescheid sagen, dass der Podcast online ist. Herzlich willkommen zum Why the Hell Not Podcast und Hi Vicky! Hallo? Hallo! Hi guys, I'm Kira, I'm a fashion and travel vlogger from Germany and I can't wait to explore Menorca with some cool Apatio. Aber ich glaube bei Haaren ist das, dann will man die Freundin ja eher beruhigen und nicht sagen, sieht wirklich echt schlimm aus. Ich glaube bei Haaren ist das, dann will man die Freundin ja eher beruhigen. Geburts. Cheers! Cheers!